Musik Da hat der Trottl mit seinem X3 nichts Besseres zu tun, als mir den ganzen Tag um den Pariser Platz zu fahren. Super! Arbeitsloser ist ja überhaupt so einen fetten Karren fahren. Mei, ist die kreislig! Ist die kreislig! Schau einmal, wie kreislig sie ist. Schau einmal, die da oben. Das ist doch der Wahnsinn, wie kreislig. Mei, und er ist genauso kreislig wie Sie! Schau, das ist so ein richtiges, kreisliges Paar. Wie sich die Leute immer so finden, das ist der Wahnsinn, gell? So kreisige Leute dann zusammen, das ist der Wahnsinn. Meinst du, dass es in München irgendwo eine Grünfläche gibt, wo keine Nöcke da oben flog? Was ist denn? Sagt mal, hat der ein Piercing am Arsch? Nein! Nein! Also, nein! Du, pass einmal auf, kennst du den schon? Wie heißt denn ein Elvis, sein Bruder? Der Zwölfis! Du, schau einmal, ist das nicht der Rainer Langhans mit seinen vier Weiber? Keine Ahnung, wer ist denn das? Jetzt pass auf, meine Basics, die kaufe ich immer am liebsten beim Beck oder beim Therese. Aber am allerschöner ist es beim Oberpolingen, weil da haben sie alles. Da haben sie Niu Miu, Prada, Gucci, Nehmet, alles auf dem Haufen. Und übrigens hier Chanel Vintage, aber das sagt dir alles nichts. Du, Expressi, bitte, aber Brando! Du, ich habe jetzt einen neuen Wagen. Du? Ja. Typ? Baxter Explorer. Meiner ist der Bugabu Chameleon, 59 Zentimeter breit. 63. Meiner ist 7 Kilo schwer. Meiner 9,5. Du, meiner, der haut vorn und hin, stoßt einfach. Multi X-Songel. Oh, das ist okay, aber dafür ist meiner auch noch ein Sportwagen. Scheibenbremsen, meidseitig. Ich kann den auch beidseitig einsetzen. Dafür wäre auch noch ein Krabholder obendrauf. 250 Seiten Gebrauchsanweisung mit DVD. Die DVD haben wir auch gehabt und ein Moskito-Netz noch obendrein. Preis? 1.500. 1.550. So, blöde Sau. Schön ist das. Der hat, der hat. Der ist das von dir. Was bist denn du eigentlich für ein Sternzeichen? Zwilling. Zwilling! Zwilling, das ist super. Jetzt fass auf. Zwilling, das heißt. Lassen Sie geschlossene Türen besser zu und denken Sie gut nach, ehe Sie sich auf eine alte Liebe einlassen. Passt das? Passt das in deiner Situation? Das passt wahnsinnig gut. Kann ich gleich zahlen, bitte? Das ist manchmal echt, eigentlich erschreckend sogar, gell? Wie gut das da reinpasst. Elis ja immer, gell? Und jetzt, pass auf, in Sachen Steil, also jetzt für Zwillinge, super süß mit blumenbedruckten Turnschuhen. Mit blumenbedruckten Turnschuhen, das ist super nett. Und eben ja, äh, Fische. Eben Fische. Pass auf. Äh, Fische. Start der Woche, Fische. Alle Scheu abwerfen und flirten, was das Zeug hält. Und in Sachen Stein setzen sie Akzente, zum Beispiel mit knalligen Tüchern. Diez mal. Scheiße, die Geis. Danke. Das ist ja richtig schön. Die sind wir oben auf dem Berg, haben eine Appelski gemacht. Das war wirklich schön. Wir sind aufgefahren mit dem Shuttle-Service, das war so ein hamar dreist Ratschlimon. Da kann es ja alles drin laufen, ein riesen Ding, riesen Gaudi. Ja, und da war oben der Gery, den hättest du dir an DJ Altsamei so schön, weil es haben wir ein bissel zu viel Moseko getrunken. Ich sag das, ein bissel Schwibserl hab ich gehabt, ein Daumen-Spitzerl und schön war's, da würde ich sofort wieder machen, gell? Ja. Ist das nicht die Neubauer, Christine? Wo, wo, wo? Da vorne, schau. Ja. Hat die wieder abgenommen. Ach du, mich interessieren ja die Prominenten überhaupt nicht. Nein, mich auch. Überhaupt nicht. Ist das der Neuer, den sie da hat, ha? Der Rechtswein, oder der Links? Der Rechts. Ja. Da bestellt sich die der Frappuccino, oder was? Ja, schon. Den kannst du sich gleich direkt um Tüften wickeln, die Frau Neubauer. Schau, es lacht. Es lacht schon wieder, schau. Ja. 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 Ja.